Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich schaffe es, 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 ich schaffe es. Von langer Sicht muss es ins Ausland gehen und das ist jetzt die nächste große Vision. Ja, wenn du nicht mal bereit bist, diese 1497 Euro endlich zu investieren, ja Himmel, Herrgott, warum soll das Universum dir helfen? Er war einst der Star der Motivationstrainer und heute musste sich Jürgen Höller wegen der Veruntragung von Firmengeldern vor dem Würzburger Landgericht verantworten. Ein Motivations- und Erfolgsnärer, der pleite gegangen ist, will wieder auf die Bühne und anderen erzählen, wie sie erfolgreich werden. Was ist denn das für ein Vollpfosten? Und ich habe für mich gesagt, ich werde es euch schon zeigen. Einmal hast du die Kraft noch und einmal schaffst du es noch, wieder aufzustehen. Und ich stand auf. Und ich schrie. Jürgen, steh jetzt auf! Jürgen, steh jetzt auf! Hey! Oh, 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 oh.